Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria und ich bin dein Sprachcoach. Legst du bald den DTZ ab, also den Deutsch-Test für Zuwanderer und hast jetzt schon Kopfschmerzen wegen der Bildbeschreibung? Mach dir bitte keine Sorgen. Dein Sprachcoach kommt zu Hilfe. In diesem Video zeige ich dir, wie du am besten ein Bild beschreibst und die meisten Punkte in deiner mündlichen Prüfung bekommst. Du wirst auch die B1-Prüfung bestehen, oder? Dann ran an die Arbeit! Beim DTZ wird entschieden, ob du schon auf dem B1 oder noch auf dem A2-Niveau bist. Unser Ziel ist es natürlich das B1-Zertifikat zu bekommen. Und wenn du noch mehr Tipps für ein besseres Deutsch bekommen möchtest, dann lade bitte mein kostenloses E-Book herunter. Dann weißt du auch, wie du effektiver Deutsch lernen kannst. Und es ist gratis, also kostenlos. Die Bildbeschreibung ist der zweite Teil der mündlichen Prüfung. Nachdem du dich vorgestellt hast, bekommst du ein Bild. Eigentlich heißt dieser Prüfungsteil über eigene Erfahrungen sprechen und nicht einfach ein Bild beschreiben. Das bedeutet, du solltest auf der Basis eines Fotos über ein Alltagsthema sprechen, über die Situation auf dem Foto nachdenken und diese mit der Situation in deinem Heimatland vergleichen. Danach bekommst du noch ein, zwei Fragen vom Prüfer. Für diesen Prüfungsteil gibt es circa drei Minuten pro Teilnehmer inklusive Anschlussfragen. Du sprichst circa zwei Minuten über das Bild, manchmal sogar nur eine Minute, wenn du gut bist und das bist du definitiv. Die Zeit vergeht also wie im Flug. Wie im Flug bedeutet sehr schnell. Wir nehmen gleich ein Bild und beschreiben es gemeinsam. Wir können auch ein Bild von meinem Instagram nehmen. Zum Beispiel dieses hier. Stell dir vor, du bekommst ein Aufgabenblatt mit diesem Foto und über dem Foto steht folgender Text. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten sie kurz. Was sehen sie auf dem Foto? Was für eine Situation zeigt dieses Bild? Dann schaust du dir kurz das Foto an und fängst an zu sprechen. Damit du es einfacher hast, habe ich eine Struktur für deine Antwort vorbereitet. Denke an folgende Fragen, wenn du das Bild beschreibst. Nummer eins. Wer oder was ist auf dem Foto zu sehen? Nummer zwei. Wo ist das? Nummer drei. Wie sieht die Person oder wie sehen die Personen aus? Nummer vier. Was gibt es noch auf dem Bild zu sehen? Nummer fünf. Welche Situation zeigt das Bild? Nummer sechs. Welche Erfahrungen hast du selbst mit dieser Situation? Und Nummer sieben. Wie ist die Situation in deiner Heimat im Vergleich zu Deutschland? Wir brauchen also diese sieben Fragen. Dann legen wir mal los. Wir starten mit der ersten Frage. Wer oder was ist auf dem Foto zu sehen? Am besten beginnst du deine Bildbeschreibung so. Auf dem Bild sieht man. Auf dem Bild sehe ich. Auf dem Bild ist zu sehen. Auf dem Bild sehe ich eine Frau. Du kannst auch gerne Adjektive benutzen. Auf dem Bild sehe ich eine hübsche junge Frau. Wen sehe ich oder was sehe ich? Hier brauchen wir den Akkusativ. Wo ist das? Diese Frage ist meistens schnell beantwortet. Sie steht draußen vor einer Mülltonne und hält einen Müllsack in der Hand. Und somit kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie sieht die Person aus? Bei Personen kannst du folgende Punkte beschreiben. Das Aussehen, zum Beispiel die Haare, die Augen und so weiter. Das Alter. Hier kannst du nur vermuten. Du weißt es nicht genau. Die Kleidung. Den Gesichtsausdruck. Und die Emotionen. Die Frau hat braune Augen und lange braune Haare. Vermutlich ist sie 36 Jahre alt. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt und eine hellblaue Jeans. Die Frau schaut in die Kamera und lächelt. Sie sieht fröhlich und zufrieden aus. Es gibt verschiedene Adjektive, die Emotionen beschreiben. Es gibt positive Emotionen. Entspannt. Ruhig. Zufrieden. Fröhlich. Interessiert. Begeistert. Und es gibt auch negative Emotionen. Verärgert. Genervt. Gelangweilt. Traurig. Nachdenklich. Das muss nicht unbedingt negativ sein. Und deprimiert. Du kannst auch jetzt an der Stelle üben und unten in die Kommentare schreiben, wie du dich gerade fühlst, wenn du dir dieses Video anschaust. Ich hoffe, du bist glücklich und zufrieden. Was gibt es noch auf dem Bild zu sehen? Wenn es eine Person oder vielleicht zwei oder mehr Personen auf dem Bild gibt, dann fängst du zuerst immer mit den Personen an. Später kommst du zu den Details. Im Vordergrund oder im Hintergrund sieht man. Im Vordergrund oder im Hintergrund befindet sich. Im Vordergrund oder im Hintergrund kann man sehen. Zum Beispiel. Im Hintergrund kann man Bäume und ein Haus sehen. Ich glaube, es ist Sommer, weil die Bäume grün sind. Du kannst übrigens immer über das Wetter und über die Jahreszeit sprechen, wenn das Bild draußen aufgenommen wurde. Du kannst auch sagen, die Sonne scheint, der Himmel ist klar oder wie hier auf dem Bild, es ist bewölkt. Ich sehe Wolken am Himmel. Aber ich denke, es ist warm, weil die Frau ein T-Shirt trägt. Du kannst auch darüber sprechen, was du auf der rechten und auf der linken Seite und auch in der Mitte siehst. Zum Beispiel. Auf der rechten oder auf der linken Seite sehe ich. In der Mitte sieht man oder gibt es. Du kannst auch einfach sagen, außerdem sehe ich. Hier steht einfach eine Person in der Mitte. Das war's. Und so sind wir schon bei der Frage Nummer 5. Welche Situation zeigt das Bild? Hier kannst du immer folgenden Satz benutzen. Das Bild zeigt eine Situation aus dem Alltag. Oder das Bild stellt eine Situation aus dem Alltag dar. Hier darfst du gerne Vermutungen anstellen. Bei den Punkten 1 bis 4 hast du einfach alles beschrieben, was du gesehen hast. Und jetzt schaltest du deine Fantasie ein. Diese Wörter werden dir dabei helfen. Wahrscheinlich. Möglicherweise. Eventuell. Vielleicht. Und hier sind noch ein paar Redemittel. Ich persönlich denke, ich glaube, ich meine, ich vermute. Wahrscheinlich putzt diese Frau gerade ihre Wohnung. Deshalb wirft sie auch den Müll weg. Ich vermute, dass sie immer ordentlich den Müll trennt. Und ich glaube, sie macht es gern, weil sie glücklich aussieht. Wenn du aber einen Schritt weiter gehen möchtest und auch zeigen möchtest, dass du definitiv auf dem B1-Niveau bist, greife gerne zu folgenden Redemitteln. Ich nehme an, dass Es könnte sein, dass Ich habe den Eindruck, dass Ich gebe dir gleich ein paar Beispiele auch mit diesen Redemitteln. Ich nehme an, dass diese Frau gerade ihre Wohnung putzt. Es könnte sein, dass sie schon den Biomüll weggeworfen hat und jetzt schmeißt sie das Plastik weg. Genau. Den Müll kann man wegwerfen oder wegschmeißen. Ich habe den Eindruck, dass diese Frau sehr gerne den Müll trennt. Und sie ärgert sich bestimmt sehr, wenn jemand die Abfälle nicht sortiert. So, jetzt hast du genug Beispiele. Welche Erfahrungen hast du selbst mit dieser Situation? Es kann sein, dass du schon vorher von deinem Prüfer unterbrochen wirst. Du bekommst ja auf jeden Fall zwei Fragen von deinem Prüfer. Entweder jetzt oder etwas später. Es kann also sein, dass dein Prüfer diese Fragen stellt. Welche Erfahrungen haben sie selbst mit dieser Situation? Kennen sie diese Situation? Erzählen sie uns doch. Welche Erfahrungen haben sie damit? Da habe ich ein paar Redemittel für dich. Ich persönlich, was mich angeht, dieses Bild erinnert mich an Plus Akkusativ natürlich. Ich finde es interessant, dass es wundert mich, dass oder es wundert mich nicht, dass Ich persönlich trenne auch den Müll. Was mich angeht, achte ich auf die richtige Mülltrennung. Dieses Bild erinnert mich an gestern, weil ich auch meine Wohnung geputzt habe und den Müll weggeworfen habe. Ich finde es interessant, dass die gelbe Tonne für Verpackungen schwarz ist. Bei uns ist sie gelb. Ich glaube, es ist überall in Deutschland unterschiedlich. Du kannst auch aufzählen, welche Mülltonnen es bei dir gibt. Zum Beispiel Wir haben eine Biomülltonne, eine gelbe Tonne, eine Altpapiertonne und eine Restmülltonne. Es wundert mich nicht, dass diese Frau dabei so glücklich aussieht. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn meine Wohnung sauber ist. Außerdem finde ich die Mülltrennung sehr wichtig. Wie ist die Situation in deiner Heimat im Vergleich zu Deutschland? Hier solltest du dein Heimatland mit Deutschland vergleichen. So könntest du zum Beispiel beginnen. Bei uns in... Hier nennst du deine Heimat. Zum Beispiel bei uns in Russland oder bei uns in Spanien. In meiner Heimat oder in meinem Heimatland ist es anders als in Deutschland. Bei uns in... In meiner Heimat oder in meinem Heimatland ist es ähnlich wie in Deutschland oder genauso wie in Deutschland. Achte hier auf die richtige Endung. In meiner Heimat Die Heimat Wo Das ist der Dativ und in meinem Heimatland Das ist auch der Dativ aber das Heimatland Und hier kommt mein Beispiel. Bei uns in Russland ist es anders als in Deutschland. Es gibt leider nur eine Mülltonne für alles. Niemand trennt den Müll. Das finde ich sehr schade. Auch wenn man den Müll sortieren möchte hat man keine Möglichkeit dafür. Meiner Meinung nach achtet man in Deutschland viel mehr auf die Umwelt. Hoffentlich gibt es Mülltrennung auch bald in meiner Heimat. Lass uns noch mal kurz überlegen welche Fragen dir dein Prüfer sonst noch stellen könnte. Ich habe schon vorhin angedeutet dass er dich wahrscheinlich nach deinen Erfahrungen oder nach der Situation in deinem Heimatland fragen könnte. Diese Fragen könntest du theoretisch bekommen. Welche Erfahrungen haben sie selbst damit? Kennen sie diese Situation? Wie ist die Situation in ihrem Heimatland? Du kannst auch ganz allgemeine Fragen bekommen. Zum Beispiel Finden sie Mülltrennung wichtig? Warum ist Mülltrennung so wichtig? Welche Mülltonnen gibt es bei Ihnen? Hab bitte keine Angst vor den Fragen. Alle Fragen beziehen sich auf das Thema. Du bekommst keine Fragen die nichts mit dem Thema zu tun haben. Und alle Fragen werden so gestellt dass sie höchstens dem B1 Niveau entsprechen. Du wirst also keine schwierigen Fragen bekommen. Atme tief durch und entspanne dich. Das wirst du schaffen. Bloß keine Hektik. Jetzt fasse ich das Ganze zusammen und lese die komplette Bildbeschreibung noch einmal für dich vor. Auf dem Bild sehe ich eine hübsche junge Frau. Sie steht draußen vor einer Mülltonne und hält einen Müllsack in der Hand. Die Frau hat braune Augen und lange braune Haare. Vermutlich ist sie 36 Jahre alt. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt und eine hellblaue Jeans. Die Frau schaut in die Kamera und lächelt. Sie sieht fröhlich und zufrieden aus. Im Hintergrund kann man Bäume und ein Haus sehen. Ich glaube, es ist Sommer weil die Bäume grün sind. Das Bild zeigt eine Situation aus dem Alltag. Wahrscheinlich putzt diese Frau gerade ihre Wohnung. Deshalb wirft sie auch den Müll weg. Ich vermute, dass sie immer ordentlich den Müll trennt. Und ich glaube, sie macht es gern weil sie glücklich aussieht. Was mich angeht, achte ich auch auf die richtige Mülltrennung. Dieses Bild erinnert mich an gestern, weil ich auch meine Wohnung geputzt habe und den Müll weggeworfen habe. Wir haben eine Bärmülltonne, eine gelbe Tonne, eine Altpapiertonne und eine Restmülltonne. Es wundert mich nicht, dass diese Frau dabei so glücklich aussieht. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn meine Wohnung sauber ist. Außerdem finde ich die Mülltrennung sehr wichtig. Bei uns in Russland ist es anders als in Deutschland. Es gibt leider nur eine Mülltonne für alles. Niemand trennt den Müll. Das finde ich sehr schade. Auch wenn man den Müll sortieren möchte, hat man keine Möglichkeit dafür. Meiner Meinung nach achtet man in Deutschland viel mehr auf die Umwelt. Hoffentlich gibt es Mülltrennung auch bald in meiner Heimat. Und zum Schluss sage ich dir noch, was bei dieser Aufgabe bewertet wird. Wichtig ist, dass du Informationen gibst und auf Nachfragen reagierst. Deine Prüfer achten auch insbesondere auf folgende Punkte. Aussprache und Intonation. Kann man dich gut verstehen? Sprichst du Wörter richtig aus? Übrigens, wenn du Probleme bei der Aussprache hast, dann melde dich heute noch zu meinem Crashkurs Deutsche Aussprache an. Dieser Kurs hat schon tausenden Schülern weltweit geholfen, besser und selbstbewusster zu sprechen. Ich warte auf dich. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Flüssigkeit. Kannst du ohne große Pausen frei sprechen Korrektheit. Bildest du grammatikalisch korrekte Sätze und Wortschatz. Verfügst du über einen ausreichend großen Wortschatz? Das sind die Fragen, die sich deine Prüfer stellen. Und folgende Grammatikthemen kannst du noch vor der Prüfung wiederholen. Adjektiv-Deklination, Wechselpräpositionen und Nebensätze. Und achte allgemein auf den Satzbau. In Hauptsätzen steht das Verb immer auf Position 2. Ganz genau. Und jetzt habe ich eine Übung für dich. Ich habe ein zweites Bild vorbereitet. Klicke auf Pause, schau dir das Bild genau an, mache eine detaillierte Beschreibung von diesem Bild mit Hilfe der Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Und wenn du möchtest, stelle deine Bildbeschreibung in die Kommentare rein. Und erst dann kannst du dir meinen Vorschlag anschauen. Hast du ein Blatt Papier und einen Stift parat? Bist du bereit? Dann drücke jetzt bitte auf Pause. Und so würde ich dieses Bild beschreiben. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Ich denke, sie ist Studentin oder Schülerin in einem Deutschkurs. Sie sitzt zu Hause an ihrem Schreibtisch. Vermutlich ist die Frau 25 Jahre alt. Zum Beispiel. Sie hat lange braune Haare. Ihre Haare sind zusammengebunden. Sie trägt eine Brille und eine goldene Kette mit einem runden Anhänger. Sie hat ein gestreiftes Hemd an. Sie schaut nach unten auf ein Heft und hält einen Stift in der rechten Hand. Sie sieht nachdenklich und traurig aus. Vielleicht ist sie einfach nur müde. Im Vordergrund liegen drei Textmarker und im Hintergrund ist ein Bücherregal und ein Vorhang zu sehen. Auf der rechten Seite liegen Kopfhörer und auf der linken Seite gibt es eine Stapel Bücher. Das Bild zeigt eine Situation aus dem Alltag. Wahrscheinlich muss die Frau ihre Hausaufgaben machen und fühlt sich überfordert. Vielleicht hat sie heute auch gearbeitet und ist einfach müde. Ich vermute, dass die Aufgabe sehr schwierig ist. Deshalb fällt ihr nichts ein und das Blatt ist noch leer. Aber sie gibt nicht auf, weil das Lernen wichtig ist. Ich persönlich habe auch an einer Uni studiert und habe hier in Deutschland einen Deutschkurs besucht. Dieses Bild erinnert mich an meinen Sprachkurs, der sechs Monate gedauert hat. Leider war es nicht immer einfach. Es wundert mich nicht, dass diese Frau so traurig aussieht. Manchmal hatte ich auch schwierige Hausaufgaben und hatte keine Lust zu lernen. Trotzdem habe ich weitergemacht, weil es für mich wichtig ist und ich meine B1-Prüfung bestehen möchte. Bei uns in Russland ist es genauso wie in Deutschland. Das Lernen ist für viele sehr wichtig. Viele junge Leute studieren an Universitäten, auch wenn es hart ist. Eine gute Ausbildung spielt eine große Rolle, wenn man später einen gut bezahlten Job haben möchte. Aber es gibt in meiner Heimat keine Sprachkurse für Zuwanderer, so wie hier in Deutschland. Das ist in Deutschland besser organisiert. Folgende Fragen könnte dir dein Prüfer stellen. Kennen Sie diese Situation? Wie wichtig ist das Lernen für Sie? Was ist besonders schwierig, wenn man eine Sprache lernt? Es kann auch manchmal vorkommen, dass man keine Personen auf dem Bild sieht. Es gibt nur Gegenstände, zum Beispiel eine Straßenbahn oder ein unaufgeräumter Schreibtisch. Solche Bilder bringen viele Schüler durcheinander. Lass dir bitte keine Angst einjagen. Du kannst zwar kein Aussehen und keine Emotionen beschreiben, aber du hast immer noch viel zu sagen, wenn du unserem Plan folgst. Beschreibe einfach alles, was du siehst. Anstatt lange, komplizierte Sätze mit vielen Fehlern zu bilden, sprich lieber in kürzeren, korrekten Sätzen. Du darfst natürlich nicht völlig am Thema vorbeireden, aber du kannst verschiedene Assoziationen bilden und deinen Monolog in eine bestimmte Richtung lenken. Das hast du in der Hand. Ich hoffe, du hast jetzt weniger Angst vor deiner Bildbeschreibung. Eine gute Vorbereitung, eine gute Strategie ist der Schlüssel zum Erfolg. Falls du noch andere Fragen zu Deutschprüfungen hast oder falls ich dir irgendwie helfen kann, schreib bitte deinen Kommentar unter diesem Video. Denke an meine Tipps und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner B1-Prüfung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Hey, sei nicht so traurig. Das Lernen macht doch Spaß.